... nicht mehr gut, also zu feinem Sonnenkanteen, damit man aufkommt und die Lautung verschmutzt. Wir verschmutzen sich mit dem Rampen und dem Schmutz, der wird ja stark geschmeid in dem Kass, der ist auch nicht klar. Ja, 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 ja. Ergebnis meiner Schießerei? Nein, Daniel hat mitgeschossen. Ich 16, Daniel 15, er hat 30 Eier. Alles. Gott, 16. Borscht. Borscht, die wirkt mich gut. Und Weizen, alkoholfrei. Widerlich. Gott, das war zu spüren.